Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner. Ich bin Facharzt für Gynäkologie und Geburtsmedizin und heute sprechen wir über etwas, was fast jede Frau im Laufe ihres Lebens betreffen wird. Es geht um die Genitalsenkungen. Wie kommt es überhaupt dazu? Welche Risikofaktoren gibt es und wie kann man dem entgegenwirken? Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ich denke von Beckenbodenschwäche oder auch Genitalsenkung haben alle irgendwie mal gehört. Aber was genau sich da senkt und warum, das ist wahrscheinlich jetzt allen ein bisschen neu. Wir können uns ja mal überlegen, was der Beckenboden eigentlich ist in aller Kürze. Also das ist natürlich ein eigenes Thema für sich. Beckenboden, wie der Name schon sagt, begrenzt das Becken nach unten. Becken ist ja von unten her offen. Kann man so durchgreifen, wenn man möchte. Funktioniert aber nicht, weil unsere Organe dann natürlich rausfallen würden. Also braucht es unten einen Verschluss und das ist der Beckenboden. Der Beckenboden ist nichts anderes als eine bindegewebige und muskuläre Schicht vor allen Dingen. Dreischichtig übereinandergelegt mit natürlich Öffnungen für unsere Stoffwechselprodukte. Also die Blase möchte ja irgendwie sich entleeren. Die Kinder möchten irgendwie raus, also muss die Gebärmutter natürlich auch eine Öffnung haben. Und der Darm möchte natürlich auch irgendwie nach draußen sich entleeren. Das sind auch sogenannte Sollbruchstellen. Also eine Öffnung in etwas, was eigentlich etwas zuhält, kann man sich vorstellen. Da kann einiges schief gehen. Und das passiert auch zum Teil. Und wenn man sich jetzt überlegt, welche Organe da nach draußen wollen, dann kann man sich auch schon überlegen, was sich da alles senken kann. Es kann sich tatsächlich die Haarmblase senken. Das nennt man dann Zystozele. Es kann sich das Rektum, also der Enddarm oder auch Darmanteile senken. Das nennt man dann Rektozeele oder Enterozeele. Und es kann sich die Gebärmutter senken. Das nennt man dann Descensus uteri. Weil das mit der Zeele war irgendwie jetzt schon ausgelutscht. Aber was ganz wichtig ist, es gibt ganz selten isolierte Senkungen, dass man nur von einer Zystozele spricht. Sondern meistens sind das gemischte Bilder. Also dass sich die Haarmblase ein Stück weit gesenkt hat, die Gebärmutter und auch das Rektum. Und da muss man gucken, welches Kompartiment führt denn? Was ist am schlimmsten? Es gibt also viele Arten von Senkungen und auch ganz wichtig, verschiedenste Grade. Nur weil der Gynäkologe, die Gynäkologin bei euch sagt, oh, sie haben ja eine Gebärmuttersenkung, heißt das nicht, dass die gleich unten rausguckt. Das gibt es nämlich auch, nennt sich Prolaps. Man misst das als Gynäkologe so ein Stück weit am vaginalen Hymenalsaum. Das ist das, wo man früher die Jungfernhäutchen zugesagt hat. Und da sieht man auch ganz genau, wo das angesetzt hat an der Vaginalwand. Und da kann man schauen, wie weit ist das denn von diesem Hymenalsaum entfernt und entsprechend in Grade einteilen. Und ganz wichtig, ja, das muss nicht unbedingt Symptome machen. Viele Frauen wissen tatsächlich gar nichts von ihrer Senkung und sind dann überrascht, wenn Gynäkologin oder Gynäkologe sagt, sie haben eine Senkung. Das macht natürlich was mit Frau. Aber es ist auch wichtig, das anzusprechen und das auch nochmal ein Appell an alle, die sich nicht trauen. Denn, das muss man sich mal hinter den Löffel schreiben, es gibt heutzutage noch keine richtige Statistik, um zu sagen, wie viele Frauen sind eigentlich betroffen von einer Genitalsenkung. Und ein großer Faktor ist dabei, dass sich Frau nicht traut, das offen anzusprechen. Und dass Gynäkologen das eben auch nicht irgendwo in der Statistik erfassen. Es ist also eine riesengraue Dunkelziffer. Aber erfahrungsgemäß und auch von der Logik her weiß man, dass fast jede Frau im Lauf ihres Lebens betroffen ist. Die Prävalenz, also das Vorkommen dieser Erkrankung, nimmt aber im Alter zu. Das macht auch Sinn, denn so ein Beckenboden muss ja über Jahrzehnte einiges halten. Und da wirkt ja nicht nur das Intraabdominelle, also die Organe, sondern eben auch die Schwerkraft. Und je länger eine Schwerkraft das wirkt, das kennen wir alle, desto schwächer wird das Bindegewebe irgendwann. Und desto mehr fängt es an, sich zu senken. Und jetzt kommen wir mal zu den Risikofaktoren. Warum kommt es bei der einen Frau gehäuft zu einer Senkung oder schneller zu einer Senkung und bei der nächsten vielleicht nicht? Ein ganz wichtiger Faktor, und der ist frustrant, weil man den kaum beeinflussen kann, ist die genetische Veranlagung des Bindegewebes. So eine allgemeine Bindegewebsschwäche wird es gerne genannt. Das heißt, diese feinsten Kollagen- und Hyaluronfasern, die da zusammenhängen, deren Zusammensetzung und deren Ernährung, das ist genetisch angelegt. Da könnt ihr auch wenig gegen machen. Ist auch der Grund, warum die eine Frau eine Narbe hat, die kaum sichtbar ist und die nächste hat eine relativ wulstige Narbe. Auch das ist zum Beispiel Veranlagung von diesem Bindegewebe. Und so kann auch Frau, die keine der gleich genannten Risikofaktoren mitbringt, trotzdem eine genitale Senkung haben. Das ist gemein. Es gibt aber noch andere Faktoren, und das ist wiederum ein bisschen motivierender, die man gut beeinflussen kann. Fangen wir aber nochmal an mit einem mäßig bedingbaren Risikofaktor, und das sind Schwangerschaften. Vor allen Dingen häufige Schwangerschaften. Was viele auch nicht wissen, nicht nur die Geburt an sich, von der man das weiß, vor allen Dingen die vaginalen Geburt, hat ein Risiko für den Beckenboden und damit auch für eine genitale Senkung, sondern auch Schwangerschaft per se. Wenn man sich vorstellt, in einem drinnen ist eine Gebärmutter, die viel besser durchblutet ist und deswegen auch viel größer wird, entsprechend auch viel schwerer wird. Dann ist da drin Fruchtwasser, bis zu zwei Litern locker, nochmal zwei Kilo drauf. Und dann ist da noch ein Kind, was da drin rumschwimmt, was ja auch nochmal drei, dreieinhalb, vier Kilo wiegt. Summa summarum ist das also eine massive Belastung, jetzt nicht nur für den schwangeren Rücken, sondern eben auch für den Beckenboden. Somit können auch Frauen, die zum Beispiel eine Sektion, also einen Kaiserschnitt hatten, an einer genitalen Senkung leiden, an einer Beckenboden-Beeinträchtigung. Nicht nur, aber der Risikofaktor ist natürlich viel, 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 viel höher bei einer vaginalen Geburt. Dazu habe ich aber schon mal ein Video gemacht, wo Kaiserschnitt, also Sektion versus vaginaler Geburt, zusammengetragen werden, die Risikofaktoren und Vor- und Nachteile könnt ihr euch gerne hier einmal anschauen. Wenn wir beim Thema Schwangerschaft und vaginale Geburt sind, müssen wir auch das Thema traumatische Geburt besprechen. Denn hier ist nochmal die Beckenbodenbelastung extrem viel höher. Und das ist eine sogenannte vaginaloperative Entbindung, also mit einer kleinen Vakuumglocke zum Beispiel, oder aber auch mit einer Zangengeburt oder aber auch mit einer interventionellen Geburt, mit dem Christella-Handgriff zum Beispiel, der ja äußerst verpönt ist. Das sind alles Traumatisierende, nicht nur für die Seele der Frau und des Partners, Partnerin, sondern eben auch für den Beckenboden wahnsinnig traumatisierend. Und das ist auch ein Punkt, der ja irgendwie mäßig beeinflussbar ist. Jetzt kommen aber drei Punkte, die gut beeinflussbar sind. Und das ist der intraabdominelle Druck. Der Druck, der auf den Beckenboden ausgeübt wird. Und hier gibt es einen großen Risikofaktor, der gesellschaftlich einfach ein ganz erhebliches Problem schon darstellt und noch darstellen wird. Und das ist das Übergewicht. Das hängt allen zu den Ohren raus. Ich weiß das. Aber Adipositas ist für viele Dinge einfach ein riesiger Risikofaktor. Unter anderem für die genitale Senkung. Denn dieses Fettgewebe, was man dann so irgendwann am Bauch und an den Hüften entsprechend sieht, ist aber noch massiver an den inneren Organen. Leber, Darm etc. Die Organe sind voller Fettdepots. Also so ein Darm sieht eigentlich irgendwann nur noch komplett gelb aus. Und natürlich macht das ein gewisses Gewicht. Und dadurch wird natürlich der Beckenboden entsprechend auch nochmal belastet. Und dadurch kommt es auch zu Senkungserscheinungen. Fakt ist auch, Menschen mit Übergewicht haben statistisch häufiger auch eine Fehlernährung, wodurch es auch zu Obszipationen kommt. Also einer Verstopfung. Verstopfung ist auch noch ein erheblicher Risikofaktor für eine Beckenbodenbeeinträchtigung. Und Menschen mit Übergewicht haben statistisch gehäuft Typ 2 Diabetes. Das ist auch ein gesonderter, riesiger Risikofaktor für genitale Senkungen, allgemein für Bindegewebsschwäche. Das sind also jetzt Faktoren, die wir durch eine gute Ernährung und durch Sport, Bewegung etc. ein Stück weit in den Griff bekommen können. Jetzt werden viele schreiben, ich habe Diabetes, ich bin übergewichtig, mein Beckenboden ist top. Das kann ja auch sein. Es gibt aber auch Frauen, die sind schlank, ernähren sich super und die haben trotzdem eine genitale Senkung. Es geht hier also wirklich um wissenschaftliche Statistik. Wenn ich mir eine Million Frauen angucke, dann sind die Statistiken eben so wie eben genannt. Ganz kurz nochmal zu den Symptomen. Wie merkst du vielleicht, ohne dass jetzt deine Gynäkologin dir das sagt, dass du eine Genitalsenkung hast? Ein Fremdkörpergefühl, ein vaginales, ziehende Unterbauschmerzen, Rückenschmerzen und alles, was mit der Blase zu tun hat erstmal. Also eine Belastungsinkontinenz, beim Niesen, Husten, Hüpfen, Treppensteigen geht ungewollt Urin verloren. Du hast gehäuft Harnwegsinfekte, du hast im Gegenteil Harnentleerungsstörungen. Du merkst, dass du auf dem Klo bist und irgendwie hast du das Gefühl, deine Blase wird nicht richtig leer. Das Ganze kann man auch auf den Stuhlgang projizieren. Du hast Verstopfungen, musst richtig mit dem Finger vaginal mithelfen, dass das Rektum sich entleert. Oder du hast sogar Blutabgang im Stuhl. Das sind alles so kleine Hinweise dafür, dass da etwas nicht stimmen kann. So, jetzt kommen wir endlich zum therapeutischen Teil. Was kann man machen? Welche konservativen Maßnahmen gibt es, die ich auch anwenden kann, um meinen Beckenboden zu stärken und damit es nicht zu einer Genitalsenkung kommt? Und der erste Punkt, der wichtigste Punkt ist, und das ist so gemein bei Risikofaktoren. Diese sollte man nämlich reduzieren, wenn nicht sogar vermeiden. Also alles, was sich beeinflussen kann, Übergewicht vermeiden, Fehlernährung vermeiden, Sport treiben, Rauchen aufhören. Denn Rauchen führt nachweislich zu einer Bindegewebsschwäche. Alles fast die schwersten Punkte, das alles umzukrempeln im Leben, zu vermeiden. Aber nachweislichen Effekt, diese Risikofaktoren wegzunehmen, ist natürlich schon eine wahnsinnige Entlastung für den Beckenboden. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Punkte. Und da steht allen voran immer das Beckenboden-Achtung-Training, nicht die Gymnastik. Es wird immer wieder, auch was ich in der Recherche gesehen habe, immer wieder die Beckenboden-Gymnastik gezeigt. Das ist nicht korrekt. Beckenboden-Training. Es geht hier wirklich um individuelles, gezieltes Training. Und das können am allerbesten nicht die YouTube-Videos, die man sich gerne anguckt. Bei aller Liebe zu YouTube, das können die Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen. Und vor allen Dingen diese, die darauf spezialisiert sind. Nennen sich auch Physiopelvikatherapeuten und Physiopelvikatherapeutinnen. Gibt es im Internet eine Liste, eine ausgewählte, pro Stadt oder Bundesland. Denn das ist eine spezialisierte Fortbildung. Und die müssen dann ganz individuell mit Biofeedback quasi gucken, ob der Beckenboden angesteuert werden kann überhaupt. Ob da eine Schwäche an irgendeiner Stelle ist. Und dazu gehört tatsächlich auch, wissen auch wenige, teilweise eine vaginale Untersuchung und auch teilweise eine rektale Untersuchung. Und das, wissen auch wenige, gibt es auf Rezept. Das kann man sich bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen, auch HausärztInnen beschaffen. Und per Rezept dann quasi über die Krankenkasse seinen Beckenboden trainieren lassen. Und diese Übungen nimmt man natürlich dann auch mit nach Hause und kann das zu Hause entsprechend fortführen. Und das ist der wesentliche Faktor, um diese Muskelgewebsschichten wieder nach oben zu buxieren. Man kann das also alles selbst wieder regenerieren, wenn man dran bleibt und wenn die Senkung nicht zu ausgeprägt ist. Was ist mit den Hormonen? Ich habe schon immer mal gehört, Hormone sollen helfen, um den Beckenboden wieder nach oben zu buxieren. Das geht bedingt. Also, was man weiß, systemische Hormonersatztherapie, habe ich ja auch schon einige Videos zu gemacht, könnte man in der Playlist gucken über die Wechseljahre. Systemische Hormone bringen nichts. Also, Tablette schlucken, Hormone breiten sich aus, das ist etwas, was nachweislich nicht so viel Effekt hat, wie die lokale Behandlung mit Estriol. Das ist ein Stoffwechselprodukt des Östradiols. Und das ist aber ein wichtiger Faktor, denn dieses Estriol fördert die Durchblutung und dadurch auch eine Bindegewebsstärkung. Und unterstützend, wenn du jetzt einen Hormonmangel hast, nur diese Frauen, die einen haben, kann man das anwenden und sollte man auch anwenden. Was ist mit den Pessaren? Hast du ja vielleicht auch mal gehört. Würfelpessar, Ringpessar, so ein Pessar mit Löchern drin, den Frau sich vaginal einführt, um die Senkung nach oben zu drücken und dort verweilt das Ganze. Ja, das kann in einer Akutsituation übergangsweise gut funktionieren. Es hat aber einige Nebenwirkungen. Fast über 50% haben dann Ulzerationen, also Verletzungen vaginal, auch Blutungen, Infektionen und die Compliance, also das Anwenden der Patientin ist meistens nicht sehr gut. Man muss es nämlich täglich wechseln, waschen, wieder einsetzen. Da ist irgendwann der Geduldsfaden fast von allen Frauen mal am Ende. Das sind alles konservative Maßnahmen, die du zu Hause gut anwenden kannst. Die operativen Maßnahmen können wir echt nur am Rande mal ansprechen, ganz kurz. Die sind nämlich sehr mannigfaltig und kommen dann zum Vorschein, wenn die Senkung extrem ausgeprägt ist, wenn da mit Beckenbodentraining nichts mehr zu erreichen ist und oder wenn Symptome da sind. Also wirklich diese genannten Symptome, die ich vorhin angesprochen habe und wenn das so lebenseinschränkend ist, dann kommen operative Maßnahmen zustande. Und dann kommt es auch darauf an, habe ich eine Inkontinenz dabei oder habe ich nur die Senkung, ist die vordere Vaginalwand gesenkt durch die Blasensenkung oder hinten. Da gibt es ganz viele verschiedenste Operationen. Gebärmutter erhaltend, Gebärmutter raus, mit Netz, ohne Netz, was für ein Netz, synthetisches Netz. Also da gibt es ganz, ganz mannigfaltige Operationstechniken, die wir jetzt im Detail hier nicht besprechen müssen. Und die wichtigste Information am Ende, bevor ihr jetzt wegschaltet, lasst mir doch ein Abo da und schreibt mir bitte was in die Kommentare. Und wenn ihr ein Abo da gelassen habt, macht es auch Sinn, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst ihr auch nichts mehr, was hier an wichtigen Informationen so fließt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, denkt an euren Beckenboden und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.